Ich würde jedem empfehlen, um diese Chance, die wirklich vor uns liegt, dieses Potenzial zu nützen und den Mut dazu haben, wirklich die Perspektive zu wechseln. Einen anderen Blick darauf zu werfen und wirklich mit dieser Konzentration, welche Fähigkeiten hat der Mensch. Und habe ich das Anforderungsprofil, habe ich den Arbeitsplatz dazu, der zu diesen Fähigkeiten passt. Und dann darf es eben keine Rolle spielen und sollte es keine Rolle spielen, ob dieser Mensch eine Beeinträchtigung hat oder nicht.